Karl-Christian Bocklberg von FAT-Tabber Deutschland. Wir als Payment Service für Verlage haben auf der Buchmesse interessante Gespräche geführt mit bestehenden Kunden, mit neuen Kunden und uns hat das Feedback erfreut, dass Verlage mit uns ins digitale Zeitalter einsteigen wollen und uns als Bezahldienstleister nutzen wollen. Unsere Vorteile sind, dass wir eine hohe Ausschüttungsquote haben, dass wir Vermarktungstools haben und dass wir auf sämtlichen Plattformen nutzbar sind. Wir können allen zukünftigen Ausstellern, die sich für die digitalen Bereiche entwickeln wollen, empfehlen, auf die Buchmesse zu kommen.